Ja, hi, mein Name ist Björn Bilz, ich spiele in der ersten Mannschaft von Borussia Münster und bin der Torwart. Ja, also aufgrund der Wetterverhältnisse würde ich sagen, es ist ein faires Ergebnis. Ich habe natürlich die Null gehalten und ja, vorne hatten wir ein bisschen Pech, aber an sich war das Spiel für die Hitze schon ganz ansehlich. Ja, ich hoffe natürlich ein Sieg. Ist jetzt langsam mal wieder Zeit nach zwei Spielen ohne Sieg. Und ja, also ich hoffe auf eine gute Trainingswoche und dass wir dann auf jeden Fall die drei Punkte holen. Ja, also ich habe letztes Jahr schon ein bisschen mitgespielt, ein paar Mal. Und auch in der Bezirkssee haben wir mit der A-Jugend gespielt. War schon eine Umstellung, aber so langsam gewöhne ich mich dran. Ja, also irgendwer muss ja die Spieler da zusammenreißen. Und ja, ich bemühe mich halt, dass alle sich anstrengen und dass das auch ganz normal funktioniert. Ja, also nach Manuel Neuer bin ich das natürlich, aber ja, Manuel ist halt nicht zu übertrumpfen mit seinem Stellungsspiel. Und ja, ich bin da dran, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ein Witz. Ich kann keine Witze. Ich kann nur Scheiße labern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.